Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem glorreichen Tag, Staffel 2 von The Pixelmon Bot. Mit dem lieben Yannick. Hallo, ich bin Michael Mann, das ist weiblich. Immer weiblich, immer ballern. So, mittlerweile gibt es die sieben Generationen. Man kennt Pflanze, Feuer, Wasser. Ich habe heute gar keinen Bock auf Schiri, bin ich ganz ehrlich. Ich würde Kroggel mal benutzen. Kroggel, es legt sich an warmen Stein, nimmt so über seine rechteckigen geschoppten Hitze auf, die es mit Feuerenergie erzeugt. Welches Pokémon hast du denn genommen, lieber Yannick? Immer noch Glumander. Der Glumander. Nee, die Glumander. So einer bist du also, ja? Ja, ich weiß nicht, ich habe Beifisch bekommen. Geil. Wie muss man das hier jetzt? Mit R. Wie Richard. Germander. Nein, ich glaube, da musst du einen NPC für finden. Glaube ich, ich weiß es nicht. Ah. Ah. Ich bin jetzt zwischen vier Pokémon und ich, ich kann mich aber nicht entscheiden. Ich muss Stigi nehmen. Es tut mir leid, ich bin in ein... Aber sind wir hier denn gespawnt? Oh, jetzt hat sich natürlich die Einstellung geändert. Und auch... Automatisch springen aus. Das ist ja schrecklich. So. Zack, zack, zack. Oh, wir haben Essen. Geil. Geil. Ein Felino. Wird bekloppt. Ja, was hat es mit der Pixelbomb-Mod auf sich? Und warum Staffel 2? Für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe mit meiner Verlobten... Maria. Ich hoffe, du siehst das irgendwann mal. Ähm. Schon eine Staffel hinter mir gebracht. Wünsche dir natürlich alles mit. Was ist das? Heißorb. Sneak. Wingschapot kommen getragen werden. Dieser Bizarre-Orb für Träger kann Verbrennung zu. Bizarre. Orb fliegt den... Fingt seinen Träger. Warum? Danger. Portlander. Tiff. Was sehe ich? Warum zum Teufel habe ich jetzt ein... Dings gefunden? Ein... Orb, was den Träger Verbrennung zufügt. Sprich, Schaden in dem Kampf. Wo? Wer bist du denn? Dein Geist ist voller... Boah. Nein, vergiss es. Ich lasse dich allein, Lebo. Okay, strange. Ich akzeptiere es aber und versuche es nicht zu ändern. Janik ist noch da? Okay, Janik ist anscheinend nicht mehr da. Was für immer eben ein Ablässer, na ey, da tübe ich dir auch vor nach Pfefferminze ohne Witz. Wir werden uns nie wieder um irgendwie Essensäure machen müssen. Du musst jetzt mal gucken. Ja, Janik ist da, aber das gerade demutet. Okay. Ich bin da. Ja, weil du demutet warst. Also alles gut. Ja, hier. Ich glaube, das kannst du hier erst mal ein Feuerzeug. Und hier ein komischer Ort. Hier ist ein 35er Typ, den brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, verdammt. Dann schon mal vor ich sagen. Parcours. Jawohl. Die Sache ist, wollen wir die Map hier komplett auseinanderreißen? Oder wollen wir die so stehen lassen, weil es schön ist? Hey. Ich muss ja von sich das hier und ich meine Haupt-Mann-Ding, wenn man da gegen die Scheißen-Kneer werfen. Gegen Pokémon einfach anziehen. Genau. Das war ein epischer Kampf. Ach, Kamerasteuerung. Äh. Aquagnarge, Junge. Ball rein rein. Jawohl. Deckel. Oh Gott. Wo ist die Waffe? Verdammt. Ein Dusel-Dur hat mich fertig gemacht. Musik braucht niemand auf 100%. So, was ist hier alles? Jo, Clef, das ist doch süß. Hoch. Wieder kassiert. Was? Steinsäge, was will ich mal nach Steinsäge? Man weiß es nicht genau. Oh Gott. Ich habe eventuell ein bisschen zu viel Heu-Ballen gefarmt. Chip, chip. Was ist hier? Ist das eine Kantine? Hier ist ein Schmoker. Äh. 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 Okay, davon kann ich nur einen machen. Schade. So, das ist doch. Zack, zack. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Man kann auch, man kann halt voll viel geilen Scheiß machen. Auf der Eisen her. Äh, ich habe einfach, ich habe einfach Nuggets bekommen. Aus der einen Kiste. Okay. Die sind perfekt. Was ist das? Keine Ahnung. Ist das rum? Nein. Habt ihr eventuell auf Betten, oder? Hier oben sind zwei Betten. Nein, ich lege mich genau neben dir hin, Alter. Träumach schönes. Steht da. Da habe ich nur ein bisschen Brot. Hier. Ach, hast du deinen Pink, Alter. Oh Gott, wir brauchen unbedingt einen Pokémon-Santana. Mein Bett. Ich werde dich angeben. Aber mein Chiki ist down. Mein Chiki ist down, hast du nicht gemacht? Gekämpft. Nur nicht gut? Ja. Ja, ich glaube. Scheiß du. Scheiß, du Müsseldure. Da Bomben raus? Was ist das? Was ist das Aprikol? Was ist das Essen? Ne, damit machst du Pokok- Damit machst du zum Beispiel mit gelben und schwarzen Aprikoko, oder wie die heißen. Ne, kannst du Hyperbälle machen. Ah, achso, Pokok-Bälle. Ja, und die kannst du aber auch einpflanzen. Hallo, Retta, Nostirap, Bruder. Ein Volli. Krebskorb. Ein Plussel. Ja, mach mal eine normale Pokok-Bälle. Äh, mit roten. Die finden wir aber auch noch, keine Sorge. Das, wichtig, nochmal den Zuschauern sagen, und das weiß sie auch, das habe ich dir vor der Aufnahme gesagt, dass Pixel One Bot nicht, wie du, 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 nicht All in One Block ablösen wird. Also, es wird jetzt All in One Block geben und Minecraft Dungeons hat ja auch All in One Block nicht abgelöst. Also, das wird schon mal vergessen, es sei der Volt. Dann überlege ich mir das. Und mein Chiki ist aber noch down. Also, chillt eure Nuggets, jetzt genießt dieses kleine Experiment. Und es ist tatsächlich der Beginn. Mein Chiki lebt wieder. Warum auch immer. Ach, weil ich gepennt habe. Lol. Genießt auf jeden Fall die Zeit, solange dieses Projekt hier läuft. Weil es kann ja auch sein, dass wir irgendwann gar keinen Bock, äh, gar keinen Bock mehr haben auf Pixelmon. Und dann müssen wir uns was anderes suchen. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Ja, okay. Oh Gott. Ich glaube, die hinterher. Weil ich ein krasser Dude. Oh, ich habe Hunger. Hunger, Bruder. Die war zu phrasen. Nice. So, ein bisschen Ladybar. Ein Raupi. Ne? Ein Stein. Du verdammtes Raupi. Du wirst mich nicht besiegen, Mann. Du bist nass gespritzt. Taka. Die Faustpumpe. Das klingt ein bisschen wie Masturbation, ich bin ganz ehrlich. Aber nein, ich kann bestätigen, es wurde nicht... Ja. Ja. Hört mal. Wie gesagt. Janik, hast du einfach schon wieder die Faustpumpe gemacht? Ach, das wird ein neuer Insider-Said-Club. Ja, das ist auch dort. Radfratz. Nicht Ratzfratz, was die meisten Leute sagen, aber das ist falsch. Dat 4 heißt Radfratz. Lass doch nicht verarschen, Freunde. Die Eisenhammer, was ist das? Schwache Eiskühler. Okay. Naturkompass. Nein. Aha, aha, aha. Okay, ein Stein, aber nicht, bevor ich mich nicht brauche. Also, ich brauche auf jeden Fall, weil... ich habe kein Steak. Jetzt habe ich Six. Ah, da ist Tommy. Guck, da, Tommy. Ist das ein Relaxo? Nee, Mülltag. Mülltag. Ja, das ist ein Tommy. Falls sich eh niemand fragen sollte, wo Tommy ist, keine Ahnung, du wolltest doch noch nicht online. Brauche ich jetzt online, aber abwesend. Ja, das ist nicht für uns online. wie wichtig ist das? Du gehst gut XP, ne? Tackle? Nicht walzen! Okay, Tackle macht ja gar keinen Schaden. Dafür dazu. Oh, oh. Ich habe jetzt eine rote Apikose objektiviert. Na, hab ich dieses Mikro. Ich habe auch nicht meine Axt kaputt. Ja, ich wunds nicht das, weil da vielleicht ein Tex-Pokémon ist eine rote Apikose. Nein. So, äh, du kennst den Mod gar nicht, ne? Nein, das ist mir falsch nicht, wie es geht. Äh, am besten erstmal aufsparen, weil wir brauchen sowieso noch eine Base. Ich sag nur so, peinliche Pokémon, siehst du immer, wie stark sie sind, wenn du näher rangehst. Da siehst du oben Level und welches Pokémon das ist. Falls du Level 5, du, Manda, hat auf jeden Fall bessere Angriff-Stats als mein jetzt schon wieder totes Schiri. Also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du es packst. Also, für Level und so. Das war hoch. Ähm, es geht, tschüss, du vollidiot. Es geht halt einfach nur ums Erkunden und um zu gucken. Ach, da ist ein bisschen pinkes. Wahrscheinlich ein Snowball. Nee, pinker Apikose. Ach, das ist geil. Ich hab auch leider die ganzen, was ich, sind die schon, sind die schon erntereif? Weil erntereif, wenn du rechts klick da aufmachst. Auch rechts klick, muss ich nicht abwauen. Nee, rechts klick, dann fahren sie halt ab, aber das ist, bei pinken ist mal egal. Das wäre da raus. Wie rausgefallen. Ja, muss man warten bisschen. Digga, du hast den Stamm abgebaut. Ja, und? Ich bin da, warte mancher Abkletterer immer, hast du nicht mehr Kopf durch die Spaß nicht mehr Kopf gespielt. Ja doch. In dem Beruf schon im Fenster, die die Bettina abräumt. Ja, immer PvP, Janik. Guck mal, da bist du. Nee. Da, Mann. Seh dich. Ja, Mann. Kleines Pokémon. Wir brauchen jetzt mal eine Steinzeit, Freunde. Es ist wichtig und richtig. Ja, ich hätte Paar noch nicht. Und achte immer oben rechts auf deine Minimap, weil da werden die Pokémon auch, wenn du zum Beispiel Pikachu suchst, siehst du das meistens schon oben auf der Minimap. Kohle, Kohle, Kohle. Also ich freue mich schon wieder auf dieses Projekt. Oh, ich will sehen, wenn ich mal mit der Frage verspüren. Alles gut, ich join gleich nach. Ich habe Musik, habe Angst. Ich habe gerade so heroische Musik, so Harry Potter kämpft gegen Lord Voldemort und hat hinter sich so eine amerikanische Flagge und Helikopter explodiert. So eine Musik habe ich gerade. Und ich baue einfach nur Kohle ab mit einer Holzspitzsacke. Das ist nicht gerade episch. Ich will so, wie die Musik herkommt. Auch wenn du sterb dafür. Willst du es wissen. Einfach Rainer. Rainer, Eva. Jawoll. Was ist denn Händemusik in die, Alter? Was ist denn? Fucking Evoli. Das war eine epische Musik, Freunde. Ja, aber Tommy, wir würden es kaum feiern, sogar. Tommy, wir würden die Motive als auch der Dachstelle nicht darf. Hat er Pech gehabt, ne? Vielleicht ist er in den späteren Folgen dabei. Man weiß es nicht. Aber ich will. Du, selbst wenn ich, du musst das selber wissen. Er kann ja auch sein Moria-Spiel spielen, ne? Ja, aber ich will. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Dann hoffe ich ja mal, dass er es zurückgegeben hat und sich die Tohle wieder geholt hat. 40 Tacken. Ja, Tommy so, ich hol mir das 2,440 Euro. Ich spiel's nicht wirklich, aber es ist nicht schlimm. Hier, was? Ich spiel's nicht. Was ist das? Was ist du? Oh, okay. Huch. Da hat die Welt sich ein bisschen, die Welt ein bisschen nachgeladen. Ja, ich mach rein, ein bisschen, da wird vor. Das bist du für ein Stein. Du, also? Ein Stein. Holen. Das ist auch ein Stein, ein Stein. Das ist so ein runder, ne? Nein. Ich hab so ein, ich lege, ich hab ein Stein. Ich hab so meine Steine. Oh, was ist es? Ich hab so ein bisschen, was man gibt. Das ist auch so ein bisschen. Ich hab's da gebaut. Nein. Komm's los. Ich hol jetzt mal ein bisschen Holz, damit ich mir gleich Holzgrube verbreiten können. Aber die Birken sind ja hier so riesig. Aber warum? Ja, das ist nicht. Ich hab nicht viel, das ist extra so gemacht. Ich glaub auch. Ach, weg. Aua. Ja, die Welt redet ja nicht. Also die Welt baut sich immer wieder auf. Warum auch immer. Ja, ich hab die Fliege bei mir auch rein. Vielleicht hat die Fliege bei wegrennen. Das ist auch immer noch der Sieg, ne? Ja. Oh, ich bin ein Burmi. Ih, was bist du denn? Ih. Das ist wahrscheinlich ein Burmi. Das wir mal trinken. Ja, nee. Burmi, ja. Das war auch schon ein klein. Oh, ein schwarz, roh, ein schwarzer. Der mag dich auch nicht. Keine Sorge. Keine, wer erzählt. Wie gesagt, Yannick, der redet immer so nach Pfefferminz, hat er mir gesagt. Ja, und dann hört sich das toll. Ja, das stimmt. 17, 17, wuh. Wink, hab ich nach Panze. So, Pensa. Ich wüsste, was ihr macht. Die leg ich mir jetzt auf den Sack. Pink, oh, au. Ich hab die Scheiße dafür nischt. Was war das denn für nischt? Ich hab die Karte gefunden, aber ich hab die Scheiße dafür nischt. Das ist jetzt nervig. Ja. Bist du links oder rechts am See? Ich schwimm einfach durch. Äh, weiß ich nicht. Ich bin jetzt da, wo ich noch ein Burmi ist. Oder Karte. Nee, in Honu, Nul. Ich kann auch nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Honu. Wahrscheinlich. Ja, ich hab so ein Scheiß-Drecks-Farm. So ein braunes Wurm-Pi, ne? Nee, ja. Da war ein Pikachu, ne? Ich hab noch ein Pikachu. Nee, ist ein Kokona. Okay, wie? Wie mach ich das jetzt? Was dachte ich jetzt? Ach. Der ist doch. Das ist doch nicht das Rezept, okay. Freikant. Und you? Freikant. Freikant. Muss mein bestes Brot räufchen. Vorbei Deckel. Wie kochte? Das ist ja scheiß kochend. Ja, aber ich würd die nicht alle kochen, weil ich würd mindestens einen für... Ähm, für weiter... Alperboi-Deckel. Mit einem Steinknopf und eine Metallschale, die du auf dem Amboss dann schlägst. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber es wird sich lohnen und es geht relativ schnell, aber man muss hier reinpuchsen. Aluminium-Halbkugel meinst du? Zum Beispiel. Oder Eisen. Oder Silber. Holz funktioniert, glaub ich, nicht. Doch. Holz. Ja, aber ich mein, als Crafting-Rezept, glaub ich, funktioniert das nicht. Doch, Holz-Halbkugeln. Ja, ich weiß aber nicht, ob man mit der auch eine scheiß Kugel macht, will ich damit... Also ein Ball. Das Rezept mein ich. Kannst die Halbkugel machen, nehm ich die andere Crafting-Ding davon. So, um es auch so ein Kast ist. Ja. Kann ich den Ofen? Nein. Da siehst du. Kann ich überhaupt irgendwas sein? Schlafen! Okay. Bis Pikachu. Ach, der ist gleich auch noch da. Nee, fang egal. Wo bist du? Bist du in so einem, äh, orangenen Baum-Forest-Dings? Nee, ja, das ist halt so. Ein Crafting-Root. Nee. Einmal Kieper-Stamps. I, weiß ich auch noch nicht. P? Ich laufe schon im See. Vielleicht bist du im Bisseren dran. Besteck blockiert. V? Bin jetzt am See. Ein bisschen Grünes und ein bisschen mit der andere Crafting-Rezept. Aber weiter Richtung Süden. Was sind deine Koordinaten? Äh, Minus 7, 30, 1520, 71 und 530 im Monat. Achso, wir werden uns nie wieder finden. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich weiß, dass ich in der nächsten Folge, die gleich anfängt, äh, ne geheimnisvolle Gottesquiste bekomme. Mit Starterzeug. Wie es in den richtigen Spielen auch ist. Was sind das für Geräusche? Kannst du nicht einfach die Pehen zu mir? Ja, aber nicht in der Folge. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mal wieder richtig Bock auf ein neues Abenteuer mit Ryder und Yannick. Eventuell bald Tommy mit dabei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Jetzt aber wirklich. Tschüss.